Ich fühle mich super. Es war ein geiler Tag, anstrengend, aber im Endeffekt einer der geilsten Tage, die ich jemals erleben kann. Ich habe echt nicht gedacht, außer dass ich das schaffe, aber ich glaube, ich steuere mich. Ich fühle mich besser, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, ihm und Kirchendefizit, aber jetzt hier ohne Defizit rauszukehren, das ist ja gut. Die Asterhelfer haben auch mega Stimmung gemacht in der Gruppe und haben uns nochmal alle richtig gepusht. Also es hat richtig Bock gemacht. Die Asterhemis Untertitelung des ZDF, 2020